Günther Naumann war ein deutscher Schauspieler. Leben Nach Abschluss einer Ausbildung zum Betonbauer begann Naumann ein Architekturstudium, das er aufgrund der Einberufung zur Wehrmacht nicht beenden konnte. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges geriet Naumann in Kriegsgefangenschaft. Nach Ende der Gefangenschaft beschäftigte sich Naumann mit Malerei. 1950 begann er in Leipzig ein Schauspielstudium und erhielt nach dessen Beendigung 1953 1953 sein erstes Engagement an den städtischen Bühnen seiner Heimatstadt. 1957 wechselte er an das Berliner Ensemble. Hier spielte er in zahlreichen Inszenierungen bedeutende Rollen und entwickelte sich zum gefragten Charakterdarsteller. Kurze Zeit später gab er sein Debüt als Filmschauspieler der DEFA. So war er unter anderem in Frank Bayers Antikriegsfilm 5 Patronenhülsen in der Rolle des Bulgaren Dimitri Pandorov zu sehen. Im Jahr 1970 wechselte Naumann vom Theaterfach zum Fernsehen und gehörte zum Schauspielerensemble des Fernsehens der DDR. Hier stellte er ebenfalls wichtige Charaktere dar. So als Chief in der beliebten Serie zur See als ST-Bahn A. Himundo Y. Apreuios in die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick. Als Neidtat von Gneissenau in Scharnhorst oder als Kapitän Werner Steinitz in der Serie Treffpunkt Flughafen. 1981 verkörperte er den berühmten Arzt Robert Koch in einer Reihe über die Anfänge der Berliner Charité. Durch die präzise Darstellung unterschiedlichster Charaktere war Günther Naumann einer der meistbeschäftigten Darsteller des Fernsehens. Mehrmals übernahm er in den Kriminalfilm Reihen Polizeiruf 110 und der Staatsanwalt hat das Wort wichtige Rollen als Täter oder Zeuge. 1977 wurde Naumann mit dem Kunstpreis der DDR und 1982 mit dem Nationalpreis der DDR geehrt. Ende der 1980er Jahre wechselte er selbst in die Rolle des Ermittlers. Im Polizeiruf 110 übernahm er die Rolle des Hauptmann Beck der in bedeutenden Fällen der Krimi-Reihe ermittelte. So unter anderem in der Kreuzworträtselfall und mit dem Anruf kommt der Tod, die beide auf wahren Fällen beruhen. Er ermittelte außerdem im Film das Duell, in dem die Ereignisse der friedlichen Revolution aus Sicht der gewandelten DDR aufgearbeitet wurden. Die Rolle des Hauptkommissars Beck blieb auch nach dem Ende des deutschen Fernsehfunks erhalten. Naumann spielte im ersten Polizeiruf der ARD, nachdem 1993 beschlossen wurde, die Reihe fortzuführen. Bis 1997 ermittelte Beck im Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks. Nach einer krankheitsbedingten Pause 1996 kehrte Hauptkommissar Beck für einen letzten Fall zurück und wurde danach zugunsten des neuen Teams Schmücke und Schneider unfreiwillig in den Ruhestand versetzt. Auch im wiedervereinigten Deutschland war Naumann ein gefragter Schauspieler, vor allem im Fernsehen. So übernahm er Rollen unter anderem in Serien wie Marienhof der Landarzt, Wolfsrevier, in aller Freundschaft und in Fernsehfilmen wie Nikolai Kirche, zwei in einem Boot oder mehr ist nicht. In den letzten Jahren beklagte sich Naumann allerdings über mangelnde Angebote. Seinen letzten Auftritt hatte er in der Serie Soko Leipzig, in der er nochmals einen Kommissar spielte, der an seine Rolle im Polizeiruf angelehnt war. Der Schauspieler starb 2009 in einem Krankenhaus in Berlin-Köpenick nach einem näheren Versagen. Sein Grab befindet sich auf dem Waldkirchhof Berlin-Malsdorf. Filmografie Hörspiele 1963 Bertolt Brecht Das kleine Mahagoni Regie Manfred Kage 1968 Mikhail Schatroff Bolschewiki Regie Wolf-Dieter Panse 1969 Wolfgang Kohlhase Fragen an ein Foto Regie Helmut Helsthoff 1969 Friedrich Schiller Die Verschwörung des Fiesco zu Genua Regie Peter Gröger 1969 Karl Heinrich Bonn Maria Bonn Die Reise nach K Regie Wolfgang Brunnecker 1970 Willi Pato Viktoria und die Fischer Regie Theodor Popp 1970 Arne Leonhardt Unser stiller Mann Regie Werner Grunow 1971 Bertolt Brecht Die Tage der Kommune Regie Manfred Wegwert Joachim Tenchert 1973 Otto Marquardt Chile im September Regie Horst Liebach 1973 Bertolt Brecht Leben des Galilei Regie Fritz Göhler 1974 Wolfgang Müller Die Spur des Helfried Pappelmann Regie Wolfgang Schonendorf 1975 1975 Erich Löst Dienstfahrt eines Lektors Regie Horst Liebach 1978 Hans Siebe Sommer in Kribusch Regie Fritz Ernst Fechner 1988 Hans Siebe Porzellan Regie Achim Scholz 1991 Alexander Wolko Der Zauberer der Smaragdenstadt Regie Dieter Scharfenberg 1991 Alexander Wolko Urfin und seine Holzsoldaten Regie Dieter Scharfenberg J D D D Untertitelung des ZDF, 2020